Willkommen bei Absolutly, die Kategorie, wo es rund um Appgames geht auf Sofa Gaming. Und wir spielen heute Lara Croft Relic Run, welches sehr stark an das Prinzip von Temple Run erinnert. Aber ich möchte nicht lange was erzählen, wir probieren jetzt einfach mal aus und schicken unsere Lara auf die Tour. So, schauen wir mal. Wir spielen einmal das Tutorial komplett durch, schauen uns die gesamte Map ein wenig an und ich sehe, wir werden hier erstmal eingewiesen. So springen wir einmal nach oben. Die Musik passt schon mal perfekt, gefällt mir. Und hier müssen wir runtersliden. Bis es lang läuft. Ja, das Ganze wird noch ein bisschen actionreifer. Ihr seht, wir können hier an Wänden entlanglaufen und ich glaube, wir fahren auch noch Quad und wir können auch schießen. Mal sehen, ob wir so weit kommen. Hier müssen wir rüberhüpfen. So. Ich muss mich leicht konzentrieren. Können wir in der Mitte bleiben? Okay, wir können Hinweise einsammeln. Wir müssen die Leiste um links füllen. Und natürlich gibt es auch wieder hier Dublonen zum Einsammeln. Oh, und nein! Nein, 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 nein! Oh, da hätte ich an die Wand gemusst. Hm, shit. Kein Problem. Ich habe vorher Wiederbelebungsrunen, so gesehen, geschenkt gekriegt. Die muss man normalerweise kaufen. Somit können wir da ansetzen, wo wir aufgehört haben. So, hier geht es hoch. Oh, oh, da lief gerade irgendwas lang. Zack, 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 zack. Wow, okay. Da können wir hoch. Das können wir einsammeln. Und hier über die Liane rüber. Oh Gott, oh ja, ja. Jetzt kommt dieses Schwingen. Oh. So ein Schwingenbeil. Sehr genial. So, okay. Wir können hier die wegschießen. Und in manchen Maps gibt es auch noch einen Endboss. So, da sind wir schon mal gut durchgekommen. Dann links rüber. Ach, wie cool. Oh, schnell springen. Und das Relikt haben wir auch gehalten. Wir müssen immer... Oh Gott, nein. Jetzt bin ich gegen den Balken gelaufen. Wir müssen anscheinend immer ein paar alte Relikte einsammeln. Die wir erforschen können. So. Und... Hä? Okay. Da können wir unser Quad runterschießen. Ha. Genial. So, aufpassen. Mal schauen. Ah, ich kann mich damit ducken. Welcher Bahn bleiben wir denn jetzt am besten? Und hier müssen wir rüber. Da rüber. Und jetzt... Wir müssen mal rechts. Und... Nein, nein, nein. Oh. Was sollte ich denn jetzt bei dieser Wand machen? Habe ich da irgendwie eine Ausfahrt verpasst? Ja. Okay. Wiederbeleben. Macht nichts. Noch einmal. Und... Ah, ne, ha. Ganz schön holprig hier. Einsammeln. So. Links. Oh, da können wir... Links. Wir können rüber. Ah, ist das cool. Ist das cool oder ist das cool? Also es macht mega... Wow, was ist das denn jetzt? Okay. Ah. Komm auf die nächste Ebene. Und rüber. Und hoch. Und hoch. Und runter. Boah, das war knapp. Hoch. Hoch. Nein. Okay. Da habe ich... Das kam unerwartet. Erst runter, dann hoch. Das machen wir auch nochmal. Zack. Oh, wie cool. Eine Zeitlupe hier. Oh, 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 oh. Echt cool gemacht. Also wirklich. Sehr actionreich. Und nach links. Und wieder hoch. Den Abschnitt, der kam mir gerade bekannt vor. So. Und hier haben wir wieder Gegner. Der ist schon mal runtergefallen. Der ist auch tot. Ja. Das war es, glaube ich, an Gegnern. Oder kommt da noch was? Ach, linksseitig. So. Umso mehr wir spielen, desto mehr Dublonen sammeln wir ein. Und davon können wir uns dann noch bessere Waffen holen, damit die Gegner schneller fallen. Zack. Einmal die Magnet benutzen. Das ist auch genial. Mit den Magneten ziehen wir die ganzen... Die ganze... Oh, die ganze Währung an. Oh, jetzt bin ich da mitten reingelaufen. Shit. Ja gut, dass ich die Wiederbelebungs... Ähm... Die Wiederbelebungsfeature freigeschalten habe. Das Wiederbelebungsfeature. Aber ich habe keine mehr. Verdammt, wir müssen doch mal von vorne anfangen. Na gut. Da haben wir was gesammelt und kriegen... Carter hat mir ein Bild von der Ausgrabung dieses Zepters geschickt. Und jetzt liegt es hier einfach so rum. Hat er das mit Absicht gemacht? Ja, da haben wir das Jade-Zepter gefunden. Alles klar. Jetzt wird uns noch unsere Punktzahl errechnet. Mal schauen. Ja, gut. Das sollte jetzt eigentlich nur eine kleine Einführung zu der App sein. Ich werde da jetzt nicht nochmal neu starten. Ich glaube, wir haben soweit alles gesehen, was ein bisschen actionreich ist. Und es gibt natürlich auch wieder Dinge, die kann man sich eben von diesen Münzen kaufen. Kleine Features, bessere Waffen bis hin zu Skins. Für die liebe Lara Croft ist alles dabei. Und natürlich gibt es auch weitere Maps, die man aber kaufen muss. Aber ich finde, die reicht erstmal für den Anfang. Da erstmal reinzukommen. Ich glaube, mit ein bisschen Übung klappt das ganz gut. Aber diese Übung, die fehlt mir jetzt noch. So, da haben wir die Skins, Tarnanzug. Was haben wir da noch? Okay. Pilot und Biker. Ja. Sehr süß gemacht. Damit bedanke ich mich erstmal herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch die App besorgt. Sie ist in erster Linie kostenlos natürlich wieder mit In-Game-Shop. Und wir sehen uns zu einer nächsten Folge Absolutly. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Guck dich. Bis dahin.